Die da, die stehen alle auf der Straße. Das sind alles ehemalige Kader-Mitglieder, alles Top-Docs. Ich meine, wie lange muss man denn hier im Kreis sitzen, bis da was rauskommt, dabei was Messbares? Frau Wagner, die Rollenspiele sind ein Baustein in einer Kette für Persönlichkeitsstützende Maßnahmen. Also, ich bin zu Hause und ich bin meine Frau. Richtig. Und sie ist mein Mann. Herr Piz, was würden Sie zu sich selber sagen, wenn Sie Ihr Chef wären und sich selbst entlassen müssten? Herr Sturm will heute diesen Job. Herr Sturm, Sie wollen heute diesen Job. Herr Sturm! Na schön, bist du eben in Klassen. Hunderttausende sind in Klassen, das ist ja keine Schande. Du stehst auf der Straße, auf der stehen Millionen. Da fällst du weiter nicht auf. Dafür ist ja da die Straße. Irgendwo müssen die in Klassen ja stehen. Hugu, 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 Hugu. Hugu, Hugu, Hugu. Vielen Dank.